da genau da sind wir gestrandet da geht es jetzt weiter find brother one ach ja genau hier hier ging es auch richtig zur sache alles fertig ach so aber da oben laufen alle rum ja aber die kann man ja rumlaufen lassen wir haben hier keine mission okay also diese find brother one die die okay chemical warfare and underground warum ändern sich jetzt da oben immer ständig meine meine ziele jetzt aber ich geguckt habe was wir noch haben aber das eine ist tatsächlich hier dieses hörte interrogation center das ist da hinten das kann man jedoch noch machen ja dann kann man das mal ja alles klar das wird richtig gut nein es laufen wirklich alle wieder rum hier fette hund auch das weiß ich gar nicht ist auf jeden fall ist also nicht schon mal alarm gemacht ja das ist so ein anderer der hund ist auch da das ist der ne oh gott kurz habe ich da hinten an diese waffe komme ich habe ihn gleich platt glaube ich ja der hat eine anzeige dass er gleich platt ist aber irgendwie ich verbrenne den mal kurz ja mach mal das war weg naja jo jetzt so jetzt hat sie ihn zerlegt alter sehr gut wir haben auch da war lahm der junge jetzt ja nicht mehr aber nein hier ist noch so ein dicker noch mal granate boah der hat über den scheiß laserstrahlen ey so ich habe ihn mal weggebrutze ah sehr gut so wo ist oh der da rum brutzelt nein das war ich ah alles klar ich wollte dich ein bisschen anbrutzeln oh ach jetzt gibt es aber hier warte mal jetzt kommen wir zu dieser zu dieser tür stimmt direkt hier genau oh jetzt wir sind ja anbrutzel genau das war die tür welcher das hat die herkennung ja alt das ist ja special mega das ja mega special hier kann ich das ein wenn ich das einsammelt kriegst du auch noch was ab bestimmt ja granaten sind da noch hier ist eine waffe ammo ist auch voll kannst du eine leiter kannst du noch nehmen ein bisschen lauter hier alter das englisch stimmt die jura rb siegen gibt es das ist ja das sehen wird hier ist das center ja hier sind ja wieder alle da ach du scheiße alter ist ja wieder so ein mega assi da muss ich den bewegungen bleiben alter ich bin voll am arsch geflogen so müsste es jetzt leben gekriegt haben ja genau das hast du wieder mit der welche taste war das da können wir uns gegenseitig irgendwie leben verpassen hier access stockroom ok aber da kann ich nichts machen ich glaube es ist hier münze bist du um oder mir hier gegenüber auf dem balkon hier hat der scheiß situation brauchst du unterstützung warte mal ich wirf mal ein paar granaten wirst du dann Prozent hier die beiden aber ich die euch platt gemacht die beiden waren das hier so na gut denn 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 so bist du jetzt schon wieder also das ist ich finde die orientierung teilweise ja ich bin ja der weiße du bist der blaue da alles klar bei hand ist das geil gelöst guckst du halt durch die wand und siehst da mitspieler ja das stimmt so hier und wo müsste das jetzt sein hier wird das angezeigt genau richtig denn hier muss man das zerstören gut ja jetzt kommen uns nehmen ok du hast es noch nee ok warte mal ah ich hab's audiolog noch genau so wieder auf die andere seite der map ich hab mal gucken ob ich hier noch ein bisschen was looten kann ok dann können wir ja hier unten wieder lang genau genau die 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 oh was hier alles so rumliegt ja der dadurch dass das so schnell ist ne das ist immer so die 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 weg bist richtig um wo ist er hin dann guckst du oben auf den kreis ah da ist er hin das stimmt ja das geht wirklich ratzfatz oh hier können wir uns ein extra leben holen ja aber das hat man doch irgendwie schon mal gemacht hier ich bin jetzt unten bei der karte du bist oben noch ne ja ich dachte wir machen die eine mission ja noch dieses place mikrofon together intel aber das hat man eigentlich schon gemacht aber es wird ja wieder angezeigt das war doch da wo wir bei diesen komischen gefangenen waren hier bin ich ne da kannst du rein rennen in die straße warte mal die straße und dann bist du hier oben ne genau ok prima ach so dann warst du die da wo ich unten nochmal gesammelt habe ja jo so kannst du hier noch ein leben holen mhm aua der hat doch glatt an auf mich geschossen zirkan wo kommt die denn jetzt her gerade liegt auch überall noch das rum sie dat tt 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 so hier ist das telefon genau habe ich gemacht das war schon mal gut dann können also hier war das aber hier habe ich angerufen aber es gibt immer noch irgendwie was mit 66 meter oder ist das der bahnhof ist der ausgang okay alles da kann man mal hin jetzt dass sie rumhüpfen können ja ist echt wahnsinn Was ist die Mission denn jetzt? Äh, Elimate, äh, genau Eliminate, importen Nazi-Engineer Was soll das denn sein? Äh, ja Das ist eine gute Frage Ist doch gar nicht angezeigt auf der Karte, ne? Was? Warte mal Gibt's da eine andere Karte als die Karte da oben? Ne, ne? Ne, eigentlich nicht Also ich wüsste Keine Hm Na nur, wir können hier nur durch die Gegend flitzen Vielleicht läuft der hier irgendwo in der Ecke rum oder so Sonst können wir auch abbrauen, oder? Das ist ja Ja Ich wüsste jetzt recht nicht, wo der ist Ne, ich wüsste es auch nicht Hier ist noch ein Code, den ich eingeben kann an der einen Säule Hast du noch einen Code parat, oder so? Ähm Ich weiß gar nicht, warte mal Ich weiß aber nicht, ob die hier gelten Also dann gäbe es noch 9576 Ne, stimmt Ist wahrscheinlich eher Und dann noch 1, 2, 3, 4 Oh, das ist ja Das ist ein fast konspirativer Geheimcode Ne Geht nicht, okay Das ist überhaupt eine coole Säule Hm, das ist eine gute Frage vielleicht Hm Naja, es geht an Wir können ja mal Hier geht es ja zum Bahnhof, ne? Vielleicht können wir hier nochmal irgendwo gucken, ob Irgendwo noch ein Eingang ist, oder so So Aber eher unwahrscheinlich, ne? Ja, ich denke auch Wann mal hier, vielleicht können wir hier nochmal hoch Ja, hier ist Vom Balkon aus Irgendwie Nö Nö, keine Ahnung Warte mal, wo geht es denn hier nochmal rein? Ach, das bist du ja Ja Ich habe nur die Kiste geplündert Hier im A8 Der muss hier irgendwo sein Weil, äh, das ist jetzt alles Orange, äh, quasi Ich vermute mal, dass der in dem Gebiet ist Ja, ich habe da Alarm ausgelöst Ich meine, wir können da nochmal durch Und eine andere von neben mir Ja Irgendwie der hat auch ein Fenster geschossen, oder? Was? Ja, sah ihm zu aus Oh So, haben wir ihn fertig gemacht Ja, sehr gut Das war die dicke Waffen hier Oh Außer Betrieb Hier ist noch eine Kiste Hier ist noch ein Maschinengewehr Brother Gates Ah, hier können wir die Tore mit öffnen Wahrscheinlich Brother Gates I have it here Got Checkpoints located Das sind da diese fetten blauen Aber was kann man damit machen? Oh, keine Ahnung Ah, okay Das hier sind die jetzt aufgegangen, oder? Ne, wir müssen mit den Leuten im Hauptquartier darüber reden Die haben vielleicht eine Idee, wie ich es aufgehe Ah, alles klar Ja Ja, hier scheint es ja nichts mehr zu geben Halt, das ist auch geil Hier, guck mal, das versteht Lächle nicht Ja Oh, ich habe eine Münze gefunden Ein Silberlink Oh ja Ach, hier ist das Hast du es gefunden? Das Aua Oh shit, ich bin umgekippt Oh, jetzt bin ich umgekippt Oh, Alter Hier kommen ja ohne Ende Hunde, ne? Hm Oh Oh Und ein Laser-Super-Soldat Ich versuche mal hier rauszukriechen Ich auch Oh 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 Ich habe dir Energie gegeben, ne? Danke Ja Aber ich kann jetzt hier Aber ich kann jetzt hier Der Super-Soldat ist ja Wow, der trifft mich einmal und man fällt gleich um Ja Deswegen braucht man wahrscheinlich auch diese Also kann man da nicht rein machen Oh Oh, you have died Ja Alter, übel Mann, 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 Mann So, und wenn wir den Super-Soldaten platt gemacht haben, würde es da weiter gehen, ne? Ich glaube nicht Also ich glaube nicht, dass wir ihn platt machen können Ja Ja, ich Der wirkt auf jeden Fall sehr resistent Ja Ich würde sagen, wir reisen zum nächsten Ziel Hm, komm Und dann können wir mit denen im Hauptquartier ja über diese Tore sprechen Ja So, dann nehmen wir mal Victory Boulevard Da gibt es Chemical Warfare und Raid Mission Brother 3 Ja, dann Chemical Warfare oder was auch immer, das ist gut Ja Das ist sehr gut Das war ein schönes Spiel, ne? Ja Auf jeden Fall Oh Good luck Mhm Düster, düster Ach, wir müssen dann nochmal mit der Bahn fahren General Lothar Ah Schon Ah, super, ich hab sie wieder alle aufgescheucht Alter Oh Gott, der ist ja mit Flammenwerfer unterwegs You are hurt Ja, das geile war, der kam auf einmal an Hat mir einen gegeben Alter Ach du Scheiße, mit dem fetten Laser Oh, ich hab sie wieder alle aufgeschehen Oh oh Alter 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 Da kommt wieder so ein Supersoldat an Ja 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 Kann aber sein, dass der so fett ist Aua Ah, scheiße Schon wieder verletzt Äh, dass der so fett ist, dass der da nicht durchkommt Weil der ist hier nicht durchgekommen Stand da aber rum, irgendwie Das ist schon mal gut, wenn er nicht durchkommt Ja Wo ist er denn jetzt? Öh, der ist hier nicht mehr Hier war der auf jeden Fall Ja, einer mit Lasern Hatte ich auch gesehen Naja Ist das wieder? Wir müssen aber eh einfach nur in die U-Bahn wieder Und weiterfahren, glaube ich, oder? Ah Oh, hier ist er, der Supersoldat Ja, super Aber der ist nicht so stark wie der letzte Oh, es sind zwei Oh Oh Die machen schon ein bisschen Aua Wo ist er denn hin? Muss ja, einer muss noch sein, ne? Ein Supersoldat Alle beide hier bei mir Hier den einen habe ich ein bisschen angebrutzelt Alter, ein Treffer Ist ja fast hin, ne? Also die halten auf jeden Fall gut was aus Mhm Die muss man, glaube ich, hinten am Rucksack erwischen Ist gar nicht so handvoll Erst mal am Rucksack kommen, ne? Ja Am besten zu zweit oder so Einer von hinten, einer von vorne Ja, genau, ich besorg's ihm gerade von hinten, aber Dann dreht er sich einfach rum, ne? Wow, das war so fucking kasselig! Hast du ihn, ja, ne? Ja Oh, oh Was war das? Alter, böser Junge, ey Das heißt, wir sollen hier irgendwo parkt ein Auto für uns, ja? Mhm Alter, wie das so aussehen, wie du mit der fetten Wumme da rumläufst Richtig witzig Oh 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 oh. Oh, Headshots gibt's da auch, alles klar. Das war mir jetzt auch so noch nicht bekannt. Das bringt auch schon mal ne Menge, wenn man trifft. Oh, ist doch auch wieder so ein Terminator hier. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Tod. Ja, alles klar. Der gibt mir auch mal einen Pinsel. So, warte mal. Was war hier? Ah, da ist nix. Oh, hier gibt's Munition und Leben. Ah, ist ja gut. Oh, das ist ja... Ich gucke auch gleich mal, dass ich meinen Charakter mal hochlevel. Ah, stimmt. Das hab ich auch schon lange nicht gemacht. Mal gucken, die Ability Points, wie viel wir jetzt haben. Oh, hier kriegen wir noch ein Leben. Oh, warte mal, dann komm ich erst mal zu dir. Ein neues Leben, lalalalala. Sehr gut. Okay, und jetzt nehm ich mal meine Points hier. Mein Charakter, was brauchen wir denn? 175. So, wie viel habe ich kostet ein Unlocked at Level 20? Ja, okay. Da kann ich noch nix machen. Dann gehen wir mal auf Muscle. Hat den schon? Enter and select so. Achso, ich muss ja erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen. Ich schlumpf. Okay. Okay, ich hab zu wenig Ability Punkte. Ja, meine sind jetzt schon wieder weg. Okay, dann können wir ja die Bombe planen. Warte, ich bin nur mal kurz dabei. Nochmal die Dinger, die ich eingesammelt habe zum Lesen. Okay, aber es reicht erstmal. So. Gucken, wo es hier weitergeht. Hm. 17, 15. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwie hier oben hoch, glaube ich. Ja. So. Und jetzt noch wieder nach unten. Und hier muss es sein, ne? Ich denke auch. So, wo ist es denn jetzt hier? Ja. Oh, hier zum Code-Ding wieder. Willst du da hinten eingeben? Ja, warte mal. Kann ich machen? So. Okay, warte mal. 3114. Aber müsstest du eigentlich sehen, oder? Genau, wird Oma gezeigt. Das ist ja richtig gut. Jo. Blatt oben immer stehen. Hier hinten gibt's noch Kohle. Okay. Was gibt's hier? Ah, hier ist noch eine Kiste. Munition. Aber hier liegt eigentlich überall was rum, ne? Überall auch Zettel und. Geht's überhaupt jetzt weiter? Was haben wir jetzt mit dem Code geschafft, eigentlich? Oh, hier ist noch was zum einsammeln. Äh, ich glaube, wir müssen noch irgendwas aktivieren, oder so, weil wir haben jetzt, ne, ne, genau, wir haben das jetzt aktiviert. Wir haben jetzt 100, 111 Meter oder so, ne? Ja. Ja, genau, hier oben geht's weiter. Hm. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Oh, da hinten ist der Generale. Hier oben. Oh, ja, 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 kommt gleich. King Kongs. Was ist das denn? Alter, ein Schuss. Hast du die Bombe hier platziert? Nee, oder? Nee. Die Bombe platzieren und dann kommen sie an und dann kann man Booms machen, ne? Jetzt werden wir das Thema ein bisschen Liebe geben. Ich glaub, das geht nicht. Also dieses fette Vieh ist ja richtig krass. Ja. Ich nehm mich mal hier rein. Ich kann mich hier oben dann wiederbeleben, oder so. Aber ich tot bin. Danke. So schön. Das ist aber nicht dieser riesige Typ, der ist noch, äh, ist der noch da? Ja. Aua. Ja. Oh, oh. Das... So. Das ist aber nicht der. Das ist ja noch ein anderer. Ja, der ist noch ein fetterer. Ja. War ne andere Waffe neben mir. Alter, die brauchen aber alle unheimlich viel, ey. Ich glaub, das ist noch zu hoch für unser Level hier. Ja. Ich probier mal die Bombe schnell da zu platzieren und da weg zu rennen. Jo, mach mal. Soll ich glaub ich... Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh, ich bin... Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh, das überlebst du nicht. Nö. Ach, vielleicht werden wir beide wieder überlebt. Wir müssen wieder reinkriechen. Alter, das ist aber auch ne Aufgabe hier für sich. So, ich hab dich wiederbelebt, ne? Jo, danke. Ich glaube, die kann man echt nicht töten, ne? Also wir zumindest nicht. Wow, wow. Das ist ja... Das ist auch ne... Jawohl, ich wegne meine Position! Ja, ich wahrscheinlich mit den Waffen auch nicht. Aber der eine ist fast tot. Hm, der steht jetzt hier auch sehr günstig. Oh ja. Der ist glatt, weil der stand da so gut an der Ecke. Oh, du spielst aber auch die schöne Musik. Ja, aber der hat ne Sniper. Äh, Quatsch, geh wieder den Laser. Kommst du? Ja, du kommst an den... Ja, sehr... Oh, Scheiße. Krieg rein! Ja, rette mich! Ja, dieses fette Vieh, das ist ja echt mega. Ja. Aua. Sehr gut. So, kann man ja abbrauchen. Ich glaub... Genau. Da braucht man... Aua! Alter, wo kommt der denn der? Na, wir sind jetzt hier wieder... Wer wird da? Ja. Ja, ja. Und... Oh. 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 ok so du bist jetzt nach unten aber du hast ja mit laser platt gemacht ja ich hatte mal was das aber es war keiner da zum trott machen das geht ja ganz schön abwerfen der Fall schon um die Ecke kommt dann macht's gerade Peng Peng Bum und dann war's das ja das stimmt das sind wieder welche doch ehrlich ich ja 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 im kopf schießen bringt tatsächlich was ein paar headshots verteilt hier können wir aber looten wir looten sie bluten schade ist dass die granaten nicht immer gleich mit eingesammelt werden können das stimmt weil hier wären sie richtig nützlich gewesen nein wir müssen jetzt schon wieder hier ist noch eine münze die nehmen wir doch mal mit so jo weiß gar nicht warum ich jetzt hier reingehe nö aber sieht gut aus wir müssen hier gar nicht durch ne da gibt es hier was schönes zu sammeln hier ist auch ein halk auf dem bild wo ist denn der jetzt wissen du bist oben schon der ist hier ganz am eingang okay hier gibt es sogar handgranaten ja handgranaten sind immer gut was das jetzt hier ja halt doch hier ist noch eine münze hier ist noch eine kiste jetzt zeigt er mir so ein weißes dreieck an und das wirst du wahrscheinlich sein ne ne das ist der Gegner der dich gerade sieht aber hier können wir leben einsammeln ok das weiße dreieck wird dann so gelblich und fühlt sich langsam und dann alles klar weil der ist ich habe das weiße immer noch vor mir und der kann mich ja nicht durch die wands her naja so ich komme zu dir wirst du runter gesprungen ich war ich bin ja und nur den gang gelaufen ich bin ganz da unten und so weiter geht voll ab hier unten so platt noch einer platt wir können immer sammeln jetzt noch so war nazi auto so man gibt es ja ab da hat er mich doch glatt erwischt jetzt springt er da runter ok das war's für ihn so ich glaube jetzt sind alle platt hier ist auch eine ane ich dachte hier ist eine werkbank hier kann man nur einsammeln münzen so in dem aries energie münzen halte hier können wir aber looten ganz viel münzen münzen und da musst du mir nochmal die kiste zeigen wo war das leben dann bekommen noch ja münzen 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 das ist dort das thema da um dem anderen irgendwie zu helfen ne münzen auch so ein typ mit laser gab es hier nicht oder gibt es überall so laser kisten und zeug also hier gibt es eine laser kiste die man mit laser aufmachen hier liegt nur ein helm rum ich komme zu dir ich glaube das war nur so ein extra raum zum sammeln hier ist so eine kiste in der ecke ja 100 silber genau hinten gibt es auch noch so eine kiste und die geht nicht aber irgendwo hier ist noch eine weil die habe ich schon auch gut war wieder raus würde ich sagen zur u-bahn oder so da war mal hier ja hier war mal hier ist übrigens der halken alter da ist auch naja der sieht ja fast sehen ich aus ja das nicht echt mal arbeitsteilung schön dann die u-bahn ja würde ich sagen u-bahn und dann können wir ja theoretisch genau so und dann können wir theoretisch dann ausmachen ja kann man machen ja also können dann hand hand mal ein bisschen dann würde ich noch einen schnell ja sehr gut das wird richtig gut oh gott jetzt wird es dann wieder so langsam ach ja genau ja dann bin ich aber gespannt was soll was soll